Was sagen eigentlich deine Augen über deine Haut aus? Meine Augen sind dunkelbraun, vorhin die waren eher Richtung grün. Und gerade bei blauen oder grünen Augen ist der Hauttyp in der Regel 1 bis maximal 3. Deswegen kannst du dir merken, mit einer hellen Augenfarbe hast du in der Regel auch eine etwas kürzere Eigenschutzzeit beziehungsweise einen helleren Hautton.